Und somit das allerletzte Infovideo. Es wird kurz, knackig und kompakt mit anschließendem Sendeplan für die kommende Woche. Der 17. Oktober wird sowas für mir wie ein kleiner Neustart für den Kanal mit Sendeplan, den ich euch sonntäglich präsentieren werde, mit einigen Aufnahmen aus dies und das, das und jenes, kurz was selber zusammen klickt, das mit Musik unterlegt, fertig. Wie du eingeblendet siehst, die Hauptseite des Kanals wird so bleiben. Du musst halt ein bisschen overscrollen, wenn du siehst, was dich interessiert. Du musst halt immer wieder auf die Zahlen schauen, ob etwas aktualisiert worden ist oder auch nicht. Ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Ich will auch gar nicht mehr sagen, ich habe jetzt in diesem Monat viel Arbeit eingesteckt in den Kanal und für mich persönlich, ich bin jetzt zufrieden damit und mit dem Sendeplan werde ich auch die Videoausgabe ein bisschen overschrauben. Für jetzt einmal eine lange Zeit ist Forward for Oblivion, ist zum Empfehlen, Oblivion wird kommen. Nur wann, weiß ich noch nicht. Noch vor Skyrim habe ich in dem Video exakt. Gut, sobald sich was Neues ergibt, wird es wieder Infovideo geben, dem Sendeplan angepasst. Man sieht sich, man hört sich, bis zum nächsten Mal und für mich geht es jetzt mit 17 Uhr wieder los mit der Arbeit. Und ich habe genug zu tun, auch was private Sachen angeht. Bis. Ja, bis dann. Papadoy. .